Schließt die Reihen! Zu Befehl! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Geht's mir auf? So, jetzt können wir weiter. Folgt mir! Was wollen die? Mir nach! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Das ist jetzt weniger schön. Schlagt sie zurück! Ausklagt die Deckung! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Zu Befehl! Feindlicher Angriff! Verteid ich euch! Schnell! Warf Nase! Okay, jetzt muss ich mich zurückziehen. Bereit! Und das Spiel leckt! Schließt die Reihen! Warf Nase! Ach! Ach! Und das Spiel leckt! Schlagt sie zurück! Weiche hier sicherheitshalber mal! Die Ruhne befiehlt! Die Ruhne befiehlt! Haltet durch, Männer! Feind in der Stadt! Auf mein Zeichen! Und los! Was wünscht sie dir ohne Angriff! Meisterschützen? Sie sind überall! Okay, jetzt kommen hier auf der Seite stärkere Gegner. Ja, auf der Seite aber auch. Schließt die Reihen! Die Ruhne ruft! Zu Befehl! Zu Befehl! Auf dem Weg! Feindlicher Angriff! Verstark die Deckung! Verstanden! Zu Befehl! Zu Befehl! Auf dem Weg! Okay, da fällt mein letzter Brander auf der Seite. Die Hebe aus der... Verstanden! ...auf die Seite kommen und hier verteidigen. Sie sind in der Stadt! Und ich sollte da meine Verteidigung dann verstärken mal wieder, weil... Feind in der Stadt! Hier kommt ja doch schon was an. Entdeckung! Was ist passiert? Die Meinung ist ernst! Ein Gegner angriff! Klammbrüder zu mir! Was ist passiert? Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Okay, auf der Seite ist noch richtiges Geblieben. Was? Nie? Krieg! Ich habe zwei Brander verloren. Lassen Sie sich aber schneller setzen. Was habe ich noch verloren? Oh, ein Champion. Äh, ja. Äh, nicht nur ein Brander. Was wollen die? Champion. Was denn? Bereit! Folgt mir! Ich soll weggehen! Schlag sie zurück! Schlag sie zurück! Alles klar! So, was ich jetzt erstmal will ist... Wird sofort ausgeführt! Vorstoß meiner Helden nach Gia. Was wollen die? Dann steigen wir mal auf Felsschleuder um. Statt Partner! Statt Partner! Bereit! Und los! Folgt mir! Für den Klam! So. Halte durch, Männer! Verschwindet! Verschwindet! Mir nach! Mir nach! Gut, weil von der Seite kommen nur noch kleinere Angriffe. Von der kommen zwar größere, aber das können meine... Kann meine Armee regeln. Die Ruhne ruft! Klamm-Brüder zu mir! Ein Gegenangriff! Bereits, folgt mir! So, währenddessen... ...klamm-Brüder zu mir aus! Dann wäre mal die Schalleichen. Die Ruhne befiehlt! Die Ruhne ruft! Auf dem Weg! Was wünscht die Ruhne? Alles klar! Ja, es kommen nämlich von hier aus nur noch vereinzelt Gegner. Und damit kann ich gut leben. Ich bin sehr sieben! Ich bin nicht ganz, sondern weil es ist nicht ein Schaduch! Das ist gut. Das ist gut. Ich kann mich einfach. Ich bin nicht so deeply. Ich bin nicht so well. So, der erste Fels-Turm ist fertig Alles klar Hier, schnell, für die Freiheit Haltet durch, Männer Hm Ja, ist gerade Stress Nur mit dem Schar Geht's mir aus? Ach Ja, ich rieche, ich rieche, ich rieche Du hast nicht, dass hier so kleine Elementarsehen sind Auch gut Auf mein Zeichen Wo kommen die her? Für die Rune Was wollen die? Feindlicher Angriff Okay, der zweite Fels ist fertig Immer fisch Sie sind überall Was wünscht die Rune? Und ihr könntet auch in der Nähe der Tür Und herzüglich Das würde euch sehr helfen Feindlicher Angriff Schickt sie zum Seelenfluss Fließ die Reihen Was darf? Sie sollen weggehen Was ist? Was ist? Hier Mir nach Darf ich töten? Okay Kriegen die das langsam mal richtig geregelt Die beiden sind immer noch deaktiviert Hier ist ein dunkler Turm Das war klar Geht's auf? Mir aus Ja Vorwärts Für die Freiheit Sie sollen weggehen Auf meinem Befehl Zur Ehre Aronius So So Den Speerträger kriegt ihr totgeprügelt Den Großmeister da oben sicher auch khi preparedness Na Leiter Wakat We untere Warum bist du jetzt da drüben eigentlich? Wo ist meine Keule? Auf mein Zeichen. Auf mein Zeichen. Los geht mal da aus dem Weg. Geht's los? Vorsicht! Was? Wie? Hier, zum Angreif! Was wollen die? Kämpft! Die sind in der Stadt! Das finde ich jetzt wieder nicht gut. Mach die endlich tot. So, Säude berühren. Dankeschön. Auf mein Zeichen. Mir nach. Und los! Zu euren Diensten. Verstanden! Was? Hier, sofort! Mann, Mann. Und los! Okay, das führt direkt zu den Affen. Folgt mir! Sofort! Geht euch vor! Es kommen da auch noch Eiserne. Nee. Schließt ihr rein! Zu euren Diensten! Alles klar! Okay. Okay. Speichern wir hier und machen das mal einen Cut. Ich brauche Verschnaufpause. Also, bis gleich. Bis gleich.